Liebe Kollegen, wir sind heute hier, um die kritische Situation in der Kunst zu diskutieren. In der Geschichte der Menschheit ist die Kultur bisher nie in eine solche Krise geraten. Wir müssen etwas tun und wir müssen sofort handeln. Eine Revolution muss stattfinden. Die Kunst darf nicht aussterben. Es wird nicht lange dauern, bis wir die Macht an uns gerissen haben. Und sobald wir die Schlüsselstellungen besetzt haben werden, werden wir die neuen Kulturträger sein. Wir werden Kunst und Literatur am Fließband produzieren. Und wir werden dafür sorgen, dass Regierungs- und Wirtschaftsgeld zu uns fließt. Unsere Produkte müssen wir wie Ware verbreiten mit allem, was dazugehört. Jegliche Konkurrenz werden wir gezielt ausschalten. Warin, Kot, Blut und Samen werden unsere Palette sein. Wir werden die Wahl verherrlichen und praktizieren. Am Anfang werden wir die Darsteller sein. Später können wir dann die Sache noch weiter treiben. Natürlich werden manche uns kritisieren. Die Revisionisten werden am Lautes beschreien. Und das wird uns sehr nützlich sein. Alle unsere Gegner werden wir einfach braun bemalen. Österreich ist immer ein Zentrum für Talent und Sofismus gewesen. Und die Deutschen fressen alles, was von uns kommt. Und was die Deutschen fressen, fressen dann auch die Österreicher. Der Führer war ein typisches Beispiel. Er musste zuerst nach Deutschland ziehen, bevor er zu Hause bejubelt wurde. Seine Erfolgsdauer war begrenzt, weil er das Ausland nicht überzeugt hat. Aber für uns gibt es keine Grenzen. Wir werden die Welt durch die Kunst erobern. Die Barbarei lässt sich gut verkaufen. Am Anfang werden wir Tiere als Ersatzopfer verwenden. Und dann verlangen wir menschliche Leichen. Die Kunst muss frei sein. Mord ist eine kreative Tat. Und um das zu verifizieren, haben wir die Schändung, Zerfleischung und Tötung von Frauen und Kindern heiter dargestellt. Aber natürlich nur als Provokation.